Eine Person des Jahres 2020 und zugleich eine Hassfigur derer, die wir da gerade gehört haben, ist Professor Christian Drosten, der Virologe. Wobei halt, er ist ja eigentlich gar nicht Virologe. Er heißt ja noch nicht mal Christian Drosten. Denn wir wissen ja, dass sich das alles ganz anders verhält. Denn dies war ja der aufklärerische Clip, der auch in der Mediatheke gezeigt wurde. Ich bin nicht Dr. Drosten. Ähm, ich traue mich das kaum zu sagen. Diese Corona-Geschichte, das war einfach nur, ähm, Cheng Pao, ein chinesischer Freund von mir. Wir, wir hatten eigentlich nur so einen dummen Witz beim Karneval gemacht. Und dann habt ihr das, äh, ihr habt das plötzlich alle geglaubt. Und dann gab's kein Zurück mehr. Wir wollten das eigentlich auflösen. Aber jetzt hat die ganze Welt das, naja. Ich heiß übrigens Klaus. Aber ihr könnt mich Klausi nennen. Ja gut, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Und deswegen begrüße ich jetzt sehr herzlich, hier zugeschaltet an der Mediatheke, den lieben Klausi. Grüß dich. Schön, dass das geklappt hat. Ich freue mich sehr darüber. Ich meine, es war ja für uns alle ein sehr anstrengendes Jahr. Und für dich ja ganz besonders, muss man ja sagen. Deswegen erst mal die Einstiegsfrage. Wie, äh, hast du den Jahreswechsel verbracht? Wie war dein Silvester? Ach, das war ganz toll, Holger. Ich hab alleine gefeiert und um 0 Uhr gab es dann ein Feuerwerk. Man durfte ja eigentlich nicht knallen. Ich hab's trotzdem gemacht mit Knallfolie in meinem Wohnzimmer. Das war aber nicht gefährlich. Ich hab mich nur erschrocken beim ersten Mal. Okay, das klingt nach sehr viel Spaß, möchte ich mal sagen. Den wir ja nicht alle hatten wohlgemerkt. Also mein Silvester war eher ein bisschen dröge, was auch mit den Vorschriften zusammenhängt, die du ja damit empfohlen hast. Ne? Wollen wir ja mal nicht vergessen, ne? Ähm, gib uns doch mal einen Ausblick auf das neue Jahr, auf 2021. Werden wir dieses Virus überwinden und werden wir wieder so leben können, wie vor der Pandemie? Ja, also unser Orakel sagt, dass 2021 richtig klasse werden soll. Kannst dich freuen. Ja, aber das Virus, die Pandemie, also was... Naja, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Sonst wird mir das wieder falsch ausgelegt und dann bin ich wieder der Gelagmaherte. Da frag mal schön die anderen. Also, gut, pass auf, bleibt mal in der Leitung, ja? Wir reden gleich nochmal, okay? Na klar. Bis nachher. Ciao. Okay. Also, ich mein, ich frag mich ja, wer die anderen sind. Ich mein, ich weiß ja, wer gemeint ist, natürlich diese ganzen Leute da aus dieser verschwörerischen Welt. Und ich hab mich ja in diesem Jahr, oder im letzten Jahr besser gesagt, mehrmals auf solch ein Terrain begeben, dass ich mit Leuten diskutiert habe, die, sagen wir mal, eher in die verschwörungstheoretische Ecke gehören. Und ich war ja vor kurzem erst, wie ihr ja wisst, alle in dieser Talkshow Fairtalk mit Ken Jebsen und anderen. Und ich war doch recht empört, dass eine entscheidende Szene aus dieser Talkshow einfach herausgeschnitten wurde. Und das war eine Szene, in der Ken Jebsen eigentlich sehr anschaulich erklärt, wie seine Weltanschauung ist. Also, ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber die Sache ist folgendermaßen. Als ich heute Morgen rausging, da ist mir etwas Seltsames aufgefallen. Im Asphalt. Seltsame Striche. Und da frage ich mich, warum sind da Striche? Die ganze Welt ist voll von diesen Strichen. Sehr mysteriös. Aber ich sehe kleine Kinder, die darüber springen. Kinder machen intuitiv alles richtig. Doch wir haben es verlernt. Wir laufen auf diesen Strichen. Direkt in unser Unheil und bei zu vielen Strichen werden wir sterben. Ich frage mich auch, wer hat diese Striche gemacht? Was bezweckt er damit? Vielleicht will man unsere Schritte eingrenzen. Ich weiß es nicht, aber ich werde vorsichtig sein. Das klingt echt furchtbar. Es ist noch schlimmer, als du dir vorstellen kannst. Ich erzähle euch alles. Ich ging weiter und kam an eine Kreuzung. Da stand eine Ampel und ich dachte, Moment, da brennt ein Licht, ein rotes Licht brennte. Und zuerst dachte ich, das ist vielleicht Zufall, aber nein, dann wurde es plötzlich grün. Und die Leute liefen alle los. Es gab auch ein paar, die mir entgegenkamen, aber das waren nicht viele. Die Masse lief los. Stopp! Hab ich gerufen, doch keiner hat gehört. Eine schreckliche Geschichte, Ken. Vielleicht wollte man dann nur den Verkehr regeln. Wie kann man nur so naiv sein? Echt? Also wirklich? Holger, eine Kreuzung ist doch nicht zum Rübergehen. Nur Schafe machen sowas. Ich frage mich auch, warum war das Licht grün? Warum nicht blau? Haben nicht Videokameras grünes Licht, wenn sie filmen? Die Leute wurden dort wahrscheinlich heimlich aufgenommen und keiner wurde informiert, weil das ja alles... Und dann habe ich angefangen, weiter nachzuforschen und dabei ist mir aufgefallen, dass die andere Seite der Ampel noch ein gelbes Licht hat. Da war noch ein gelbes Licht, aber das war nur ganz kurz da. Unglaublich. Man kann nur erahnen, was das so bedeuten hat. Wo ist eigentlich das Problem, dass da eine Ampel an der Kreuzung steht? Wenn da jetzt keine wäre, dann würden da doch ständig Unfälle passieren. Moment, wenn ich dieses Glas nach rechts stelle, passiert nichts. Und woran liegt das? An rechts vor links. Und deshalb brauchen wir diese beschissene Ampel nicht. Das ist eine infame Gängelung der Menschen. Genauso wie diese Fahrbahnmarkierungen. Die beachte ich gar nicht. Rechts vor links. Für diese Freiheit muss ich erst in die 30er Zone. Fehlt nur noch ein Verkehrspolizist, der vor den Leuten steht und sagt, hier darfst du nicht mehr durch. Und an diesem Punkt ist die Einschränkung der Freiheit unrechtmäßig. Wo wolltest du denn hin? Naja, ich wollte nur zu meinem Bäcker und Brötchen kaufen. Da kam ich auch an, aber unter der einen Hälfte des Brötchens war ein Stück Käse. Ich frage, warum ist da Käse drauf? Da ist immer Käse drauf und eine Tomatenscheibe. Ne, ich kenne keinen Bäcker, der Käse und Tomaten verkauft. Die dachten sich wirklich? Der beißt da rein und merkt das nicht, aber ich merke das. Und da stehst du als kleiner Konsument und wirst von vorn und hinten verarscht. Dann darfst du einfach keine belegten Brötchen kaufen. Dann darf man ja bald gar nichts mehr. Ich kaufe meinen Käse jedenfalls nicht beim Bäcker. Wo kämen wir da hin? Ich habe gerade Zwiebeln geschnitten. So, jetzt hörst du aber auf zu lachen. Ich muss aber lachen. Ja, konzentrier dich. Oder war das der Beitragszahler? Ja, von den GEZ-Gebühren. Na, das habe ich mir doch gedacht. Das hat sich gelohnt, ne? Ich war ja nicht zum Spaß da. Ich musste arbeiten. Das war sehr anstrengend. Du kleine Hure. Untertitelungen im Auftrag von der��ung. Untertitelung des ZDF, 2020